Grüß euch, ich bin der Dominik Obermeier, bin 18 Jahre alt, kletter seit 12 Jahren. Meine größten Erfolge sind der Staatsmeistertitel 2010 in der Schülerklasse, der 11. Platz in der Gesamtwertung von der European Youth Series 2012 und meinen ersten 8a Boulder bin ich 2014 in Mallorca geklettert, das war der Elri Madeira. Okay. Okay. Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.